Führende Vertreter der Service-Clubs Lions, Sie sehen da hinten auch die Farben stehen, Rotary und Roundtable, haben sich vor uns zwei Jahren zusammengesetzt und überlegt, was können wir als nachhaltiges und gemeinsames Projekt im Bereich der Kinder- und Jugendförderung in Bad Kreuznach angehen. Das erste Mal, dass diese Service plötzlich alle zusammentun und gemeinsam an einem Stil sind. Viele Menschen und viele Institutionen engagieren sich in unzähligen Projekten schon heute in der Kinder- und Jugendförderung. Es wird für die Kinder in dieser Stadt schon wirklich sehr viel getan. Wir haben den Weg gewählt und haben 25 Fachleute aus verschiedenen Organisationen, die sich um Kinder- und Jugendbetreuung kümmern, interviewt. Wir haben mit denen gesprochen über Bad Kreuznach und was und wie wir in Bad Kreuznach die Kinder- und Jugendbetreuung tun. Im Ergebnis kamen wir dabei leider zum Teil zu wirklich unnüchteren Projekten. Es wird, wie gesagt, viel getan, aber wenn man über den Tellerrand wegschaut und schaut in andere Städte, in unserem schönen Rheinland-Pfalz, aber auch im gesamten Bundesgebiet, so sieht man, dass es vergleichbare Problemstellungen, wie wir sie hier in Bad Kreuznach haben, sich überleiten. Und das Ziel dessen, was wir tun wollen, ist, alle Akteure zusammenzubringen. Energie zu dünnen, Energie zu schaffen, die wirklich für alle Beteiligten, für den Lastpunkt zu sorgen. Und das ist das, was in anderen Städten als Ergebnis von reichbaren Projekten umgesetzt wird. Und vor allem, wie das geht. Und die Entwicklung des Gehtes von der Geburt bis zum Abschluss der Schulausbildung oder der normalen beruflichen Ausbildung im Mittelpunkt dessen, was in den Städten passiert. Man hört sich auf. Es sind andere Fähigkeiten, andere Qualitäten gefragt, die eigentlich gelernt sein sollten. Allerdings, so muss ich das machen, mit ganz vielen Kindern ganz, ganz schwer ist, weil ihre Eltern das auch schon nicht mehr gelernt haben. Das heißt, wenn sie mit einer weiteren Generation von Eltern sehr alleine erzogen haben oder auch schon als Kinder sehr allein gelassen wurden, die sollen die das also können. Jetzt ist der Vorteil, dass die Stadtbahnkreuz nach Schulsozialarbeiter an die Schulen geschickt hat, mit vielen Stunden, ich will nicht sagen ausreichend, man könnte immer mehr, aber mit wirklich vielen Stunden, so dass wir einen Teil und unterstützen können, nämlich die Schule das Bildungsmonopol ein bisschen zurückzugeben, und sie dabei zu unterstützen, Bildung ganzheitlich zu machen. Die Lehrkräfte geben täglich das Bestes. Wir können unsere Zeit in den Vereinigten Tiefs verletzen, die Kinder, die von den Kinderhagen stellen kommen und schon mehr Unterstützung brauchen, tatsächlich auch intensiver weiter betreiben, intensiver ausgetauschte Informationen, weiter zu leben, mit den Familien in Kontakt zu bleiben. Das, was wir im Schulalltag kaum können, weil die einfach Tage zählen, von Stunden war mehr. Und alles, was wir außen rum machen, ist noch viel Zeitzeit und noch mehr Gedanken. Das heißt, sie führt schon einen Schritt weiter der Verletzung, der sehr intensiven Quellen, das heißt, die Sozialarbeiter haben tatsächlich die Möglichkeit, von einer Institution aufzunehmen, intensiver, und dann weiter für einen Schuh darzunehmen. Das heißt, anders im Kontakt zu bleiben, ist aber auch noch in den Kinderschuhen. Und damit will ich jetzt schließen, nämlich mit dem Satz, der Klassiker ist auch ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen oder mehrere. Hier braucht es die ganze Stadt bei Kreuzer. Von daher sind wir auch jeden Einzelnen für ihn angewiesen. Ja, wir sind jetzt hier am Ende der Veranstaltung des Fördervereins KITZ, und wir hatten heute hier einen hochinteressanten Tag, einen sehr ausführlichen Tag, in der Hinsicht das Mögliche. Sie hatten viele Gesprächspartner. Ich stehe hier mit einem der Mitglieder von den Vereinen. Richtig. Markus Buchholz. Sie haben jetzt vorne ein paar Gesprächspartner gehabt, und da wurden ja wirklich verschiedene Bereiche beleuchtet. Also es ging unter anderem darüber, dass halt Schnittstellen entstehen müssen, dass ein, wenn ich richtig interpretiere, ein Kopf irgendwo sein soll, der das dann so koordiniert. Genau. Und auch Präsentation war ein Thema. Genau. Also verschiedene Bereiche wurden beleuchtet. Ja. Es geht am Ende um die Begleitung des Kindes von der Geburt bis zum Austritt aus der Schule. Teilweise auch Berufsbegleitung soll dieses Konzept funktionieren. Und es geht um eine Erziehungs- und Präventionskette, sodass wir auf dem Weg von der Geburt bis zum Austritt aus der Schule kein Kind verlieren. Dass wir fördern und fordern, dass aber die verschiedenen Institutionen, die sich mit dem Thema Jugendarbeit beschäftigen und Jugendhilfe beschäftigen, dass die untereinander alle wissen, was sie tun und auch vernetzt sind mit den Vereinen, dass sie vernetzt sind mit Betrieben, mit Unternehmern. So, dass wirklich jedes Kind die Maximalförderung bekommt, dass es bekommen kann. Oft fehlt es einfach an Wissen, wohin man sich wendet. Die Netzwerke, die bestehen, sind persönlicher Art und Weise. Und hier muss es ein Netzwerk geben, das wirklich diese Aufgabe übernimmt und tatsächlich auch eine koordinierende Stelle, die das Ganze dann, dieses große, große Netzwerk, was für die Stadt Bad Kreuznach etabliert werden soll, die das dann koordiniert. Es wird ja auch gesagt von den Personen vorn oder auch ihrerseits, so wie ich es letzten Endes auch sehe, wir haben ja schon hier in Bad Kreuznach irgendwo ganz tolle, sei es Organisationen, sei es Vereinsarbeiten, sei es auch, was so entsteht. Kids ist jetzt, ich weiß nicht, wie lange schon dabei. Wir sind jetzt ein Jahr genau am Start, also noch nicht mal ein Jahr. Ein Jahr und dann doch schon von objektiv betrachtet so viel bewegt letzten Endes und es soll weitergehen. Sie haben Ziele, die für die Kinder ganz, ganz wichtig sind und die Kinder sind ja letzten Endes die, die später halt so durchgehen wie wir. Genau. Wir haben festgestellt, dass am Ende die momentane Situation ist, dass alle Menschen, die in diesen Institutionen arbeiten, dass sie tatsächlich ein großes Stück auch überlastet sind. Aber sie sind nicht überlastet, indem sie die Ursache bekämpfen, sondern sie sind überlastet mit den Symptomen, die sie bekämpfen. Wir wollen einen Schritt früher eingreifen. Wir möchten ein System etablieren, das Prävention heißt, das heißt Ursachenbekämpfung und da anzusetzen, bevor die Probleme entstehen. Und ich glaube, dass wir das, wenn wir das koordinieren, dass wir dann nicht nur einen moralischen Erfolg für die Kinder erzielen, sondern selbst sogar einen wirtschaftlichen Erfolg für die Stadt, das ist keine Frage, das Geld ist nachher, sondern wir müssen jetzt investieren, um später zu sparen. Das wird auch ein wirtschaftlicher Erfolg sein. Nur müssen wir einmal jetzt Geld in die Hand nehmen. Und das ist immer das große Problem. Es ist eine Kannleistung. Wird die finanziert? Wird sie nicht finanziert? Und da stehen wir ein und da wollen wir dafür sorgen, dass wir die finanziellen und die wirtschaftlichen Mittel zur Verfügung stellen, um dann auf Basis dieser eine Studie zu erheben und auf Basis dieser Studie einen Projektplan zu entwickeln, der dann mittel- und langfristig diese Probleme an der Ursache bekämpft, mit einer koordinierten Stelle, die alle Pläger, die in diesem Konzeptkind arbeiten, dass die voneinander wissen und auf alle Ressourcen jederzeit zugreifen können. Ich finde es auch dahingehend toll mit dieser Präsentationsarbeit, die man letzten Endes leistet. Es ist ja wirklich so, wir haben zwar ein Gesundheitssystem, wir haben ein Schulsystem, wir haben das Kind eigentlich verliegen, da zu anderen Ländern anscheinend oder scheinbar, die müssen sich ja von jedem vorstellen, aber letzten Endes habe ich trotzdem den Eindruck, auch als Papa von einem 5-Jährigen-Druck, dass manch ein Kind durch dieses Netz durchfällt, weil gerade an der Präsentation irgendwo begraben liegt. Ja, völlig klar, wir sind schon sehr gut, aber natürlich können wir besser werden und genau das ist unser Ansatz. Die Ressourcen sind da, also die Global Player, die das Thema bearbeiten, sind da und die sind alle hochmotiviert. Nun müssen wir dafür sorgen, dass ihnen die Mittel zur Seite stehen und Hilfe zur Seite stehen, dass sie das auch umsetzen können. Sie müssen ihre Arbeit so weitermachen wie bisher, sehr erfolgreich, sehr zielorientiert. Nun müssen wir dafür sorgen, dass sie es irgendwann dann nicht mehr, wie ich es schon die ganze Zeit betone, nicht mehr in die Symptome stecken, sondern in die Ursache. Und wenn das passiert, dann wird einfach die Quote der Kinder, die man auf dem Weg findet, immer weniger werden. Und das ist das große Ziel. Ich sage vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt, was noch eines Tolles entsteht. Berichten Sie weiter. Vielen, vielen Dank. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Gerade junge Eltern sind empfänglich, können erleben, dass die Gesellschaft für sie da ist, für die Kinder da ist, sie schätzt, respektiert, sie willkommen heißt. Was können wir ihnen mit auf den Weg geben? Ich wünsche mir, dass alle, die in der Betreuung und Unterstützung von Familien zusammenarbeiten, dieses auch verantwortungsvoll, vertrauensvoll tun. Zeit für Ideen, Zeit für Kreativität, Zeit, um mit unseren Kindern zu leben. Das ist ein Sinn, um die Kinder gezielter zu fördern, zu unterstützen und zu stärken. Dass alle Kinder einen guten Zugang zur Bildung hätten und in stabilen familiären Verhältnissen aufwachsen. Damit so soziale Träger wie wir einfach überflüssig werden und die Hilfe direkt schon dort ist bei den Menschen, wo sie gebraucht wird. Was müssen wir tun? Was können wir tun? Es sollte alles sein, was in unserer Macht steht, damit wir Kindern in die Augen schauen und sagen können, Kreuznach ist deine Zukunft. Machen Sie mit. Helfen Sie mit. Lassen Sie uns gemeinsam an der Zukunft arbeiten. An der Zukunft für unsere Kinder. Hier in Bad Kreuznach.